Hallo Frau Henrich, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Dreefs, ja, vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Wir sind hier bei der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Wo sind wir eigentlich hier genau? Der Ort ist ja ganz schön. Also wir sind in Schwerin am Gebäude der IHK. Da sind wir Mieter als Mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Wir sind ja in Personalunion mit der Wirtschaftsbank als eine der kleineren Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. Und wir sind mitten im Zentrum der Stadt. Von hier zum Schloss sind es noch genau fußläufig fünf Minuten. Also Sie haben den Hotspot der Stadt Schwerin hier praktisch erwischt. Ja, Herr Dreefs, was Sie alles ganz genau machen und wie es bei Ihnen drinnen aussieht, das wollen wir jetzt im Interview miteinander besprechen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ja, folgen Sie mir bitte. Ja, gerne. Ja, Herr Dreefs, wir sind hier bei Ihnen in der MBG Mecklenburg-Vorpommern. Es ist im Vergleich zu anderen Bundesländern eine kleinere Beteiligungsgesellschaft. Sie sind auch in Personalunion mit der Bürgschaftsbank hier. Das ist richtig. Aber vielleicht erzählen Sie doch ein bisschen was aus Ihrem Portfolio. Was machen Sie? Ist das irgendwie festgelegt? Haben Sie Schwerpunkte? Also wir haben mal Interesse zu hören, was Sie machen. Das ist sehr nett. Also herzlich willkommen in Schwerin. Die kleinste Landeshauptstadt Deutschlands, habe ich festgestellt, zumindest einwohnerzahlenmäßig. Die MBG Mecklenburg-Vorpommern ist seit 30 Jahren jetzt unterwegs. Wir sind eine der kleineren Beteiligungsgesellschaften, wie Sie völlig richtig sagen. Aber in der Zwischenzeit im Portfolio relativ breit aufgestellt. Wir machen die klassischen Beteiligungen, die man also von mittelständischen Beteiligungsgesellschaften her kennt. Sprich rückgarantierte Beteiligungen durch Bund und Land. Wir geben Geld, aber reden nicht mit. Das ist so das klassische Motto. Wir haben Informationsrechte. Das machen wir seit vielen Jahren erfolgreich. Und wir haben uns in den letzten Jahren dann deutlich erweitert, indem wir Innovationsfonds aufgelegt haben, zusammen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und Mitteln der Europäischen Union. Das haben wir 2015 begonnen, haben den ersten Fonds 2018, Ende 2018 geschlossen und in 2019 zweiten Fonds aufgelegt. Und auch den sehr gut platziert. Da geht es vor allem, und damit meine ich 90 Prozent aller Unternehmen sind Startups, die wir in sehr frühen Phasen oder auch bei der weiteren Entwicklung begleiten. Das sind vor allem Unternehmen im IT-Bereich, aber auch in der Medizintechnik, aber auch Werkstoffkunde, Werkstoffentwicklung, solche Themen. Da sind also unheimlich viele spannende Themen bei. Und das ist so unsere Aufgabe, mit der wir uns viel mit Freude und Leidenschaft in den letzten Jahren gewidmet haben. Wenn man sich so um das Thema Startups kümmert, also Finanzierung von Startups, dann wird immer so über die Hotspots gesprochen. In Berlin, in München, vielleicht jetzt auch ein bisschen NRW, da passiert auch viel. Aber ich stelle jetzt fest auf unserer Deutschlandreise mit dem Chancenbus, dass viele Chancen tatsächlich auch in ganz anderen Bundesländern stattfinden. Wenn Sie auf die Startups blicken, die Sie jetzt tatsächlich schon finanziert haben, vielleicht haben Sie ein schönes Beispiel, was Ihnen so einfällt aus den letzten zwei, drei Beteiligungsrunden, die Sie gemacht haben. Was passiert hier? Es passiert, wie gesagt, sehr viel. Es sind eine Vielzahl von Unternehmen dabei, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Eines der leuchtenden Beispiele für uns, das wir sehr früh begleitet haben, ist zum Beispiel die Centogene AG in Rostock. Ein Unternehmen, das in der Genanalyse unterwegs ist und in der Zwischenzeit bis zum Börsenplatz gebracht hat. Aber leider nicht an der deutschen Börse, haben wir gehört. Ja, Ihre Frage ist richtig. Aber in der Nestec, und ich glaube, das ist auch Teil des Problems, dass wir nach wie vor in Deutschland nicht genügend Risikokapital anbieten. Und dass Unternehmen wie diese, die sich klassisch toll entwickelt haben, wo Interesse ausländischer Investoren ist, dann komischerweise dann auch noch an ausländische Börsenplätze gehen. Trotzdem ist es für Mecklenburg-Vorpommern, ein solches Unternehmen zu haben, Erfolg. Ein großer Erfolg. Das darf man einfach so an dieser Stelle sagen. Aber wir haben auch viele kleine andere, die sich gut entwickeln. Wir hatten in einer der letzten Sitzungen ein Unternehmen, was zum Beispiel auf einem neuen innovativen Verfahren Mehlwürmer züchtet. Da glaubt man, die meisten würden erst mal die Nase rümpfen und sagen, was für ein unspannendes Thema. Das ist unglaublich spannend und für die Ernährung der Zukunft von unglaublicher Wichtigkeit. Also auch das ist ein spannendes Thema. Bis hin zur Medizintechnik. Auch da haben wir viele nette, interessante Start-ups mit tollen jungen Leuten begleitet. Und ich bin immer wieder begeistert. Ich bin ja nun nicht mehr in der Kategorie der jungen Leute mit 30 und noch jünger zum Teil. Ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Ideen da kommen und wie sich diese Ideen entwickeln. Und wenn man sie richtig an die Hand nimmt, beziehungsweise sie wollen gar nicht an die Hand genommen werden. Sie wollen eigentlich nur Geld in der Weiterentwicklung und ab und zu einen Rat von einem. Dann macht man schon eine Menge richtig. Wenn Sie einen Werbefilm drehen müssten über Ihren Standort hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wie würden Sie denn diejenigen, ja sag ich mal Start-ups, Gründerinnen und Gründer vielleicht ermutigen, auch mal hierher zu kommen? Also viele kommen ja über die Universitäten. Das ist natürlich automatisch so. Aber wenn Sie einen Werbefilm drehen sollten, warum hier am Standort und nicht woanders? Ich glaube, das ist relativ einfach gemacht. Wir können natürlich und damit wirbt Mecklenburg-Vorpommern unglaublich schöne landschaftliche Bilder machen. Diese Verbindung zwischen Beruf und Landschaft, die würde ich immer in einen Werbefilm einbinden. Aber es ist auch das Land der kurzen Wege. Also das Land hat ja nur 1,6 Millionen Einwohner. Insofern kennt man die Hotspots. Insofern kennt man sich auch untereinander. Und es gibt mit immer zunehmenderer Anzahl oder mit größerer Anzahl von Start-ups natürlich auch eine deutlich engere Verflechtung dieser Unternehmen. Man hilft einander. Also das sind Dinge, die ich glaube in der Anonymität nicht so zum Tragen kommen. Das wäre es ein großes Fund von Mecklenburg-Vorpommern. Und damit würde ich immer zusätzlich zu den schönen Bildern und zu den Möglichkeiten, die wir haben von Arbeitsmöglichkeiten, eben auch Urlaubsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, damit würde ich immer werben. Man findet Gleichgesinnte. Sie sind noch nicht so zahlreich wie in Berlin oder in München oder in Hamburg. Aber es gibt sie hier auch und das wird besser. Und wir wollen dabei mithelfen. Wenn wir nochmal auf die Zahlen schauen, der Beteiligung und auch des Volumens in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt, dann ist der Beteiligungsmarkt ja relativ klein. Und es fehlt auch an privaten Investoren, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mit einsteigen können. Und Sie haben so schön dieses Unternehmen in Rostock genannt, das gewachsen ist jetzt in New York an der Börse. Was wäre denn Ihre Vision, wenn Sie mal in die nächsten zehn Jahre blicken in eine Glaskugel? Wie sollte das Beteiligungsgeschäft sich hier in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln, auch von staatlicher Seite? Wünschen Sie sich mehr Geld? Also wenn Sie sich das wünschen dürften. Wenn ich mir was wünschen dürfte, da hätte ich eine ganze Menge Würsche. Es geht natürlich auch mit dem Thema los, das Sie gerade besprochen haben. Fangen wir vielleicht damit an. Wir haben die Innovationsfonds mal aufgelegt, um zu verhindern, dass die jungen Leute sich das Geld woanders holen. Also aus dem Land auswandern im Sinne von hier gut studiert, tolle Idee gehabt, tolle Idee weiterentwickelt und dann eben, ich sage mal, nach Berlin oder nach München. Das werden wir dauerhaft auch mit vielen anderen Ideen vielleicht nicht immer verhindern. Aber wir möchten die Möglichkeiten schaffen dazu. Und dazu braucht es ein System, was wir anfangen, zunehmend besser aufzubauen, von Ideenwettbewerben über Wettbewerbe, über Vernetzung miteinander, über Einwerbung von ausländischem Kapital oder auch inländischem Kapital von Business Angels bis hin zu der Tatsache, dass wir es auch gerne stärker unterstützen möchten. Heißt, wenn ich mir was wünschen könnte, natürlich hätte ich gerne, wir haben im letzten Innovationsfonds 15 Millionen zur Verfügung gehabt. Ich würde mir wünschen, dass die Summe aufgestockt wird, dass wir mit auch etwas größeren Abschnitten zur Verfügung stehen können. Heute sind wir so im Bereich von 1 bis 2 Millionen Euro unterwegs. Da sind schon einige bei, die ich, glaube ich, auch gerne weiter begleiten möchte. Und dafür brauchte ich etwas mehr Geld. Und wenn ich dafür einen Wunsch hätte, den würde ich immer noch sprechen. Herr Trefs, ich würde gerne noch mal nachfragen. Wir sind ja mit unserem Chancenmacher-Bus hier. Sie haben mir erzählt, Sie sind jetzt 17 Jahre hier in Mecklenburg im Beteiligungsgeschäft unterwegs. Was war denn so aus Ihrer Perspektive die größte Chance, die Sie ergreifen konnten in dem Beteiligungsbereich? Also würde ich ganz klar benennen, dass wir in 2015 mit den Innovationsfonds zur Förderung von Start-ups begonnen haben. Das tut dem Land gut, das tut den jungen Leuten gut, das tut den tollen Ideen gut. Und ich glaube, dass wir damit ein gutes System geschaffen haben, was auch zunehmend Zuspruch findet, dass wir gut begleiten. Nun könnte man sagen, wir haben ein bisschen später mitbekommen. Trotzdem betrachte ich es nach wie vor als die größte Chance, die wir hatten. Die haben wir dann konsequent genutzt. Und wenn ich mir noch mal was wünschen dürfte, dann würde ich sie auch konsequent gerne ausbauen. Ja, also wir sind hier im Standort. Sie blicken von Ihrem Büro auf das Schloss und dort ist die Politik. Hoffen wir, dass Sie Ihren Ruf erhört. Wir danken Ihnen, dass wir bei Ihnen sein durften. Und werden wiederkommen und gucken, ob die Fonds aufgestockt wurden und ob sich das Land in die Richtung entwickelt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg. Ist eine tolle Idee. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie wieder zu uns vorbeischauen würden. Tschüss. 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 Tschüss.